Der Kurs ist zwar in Englisch gehalten, aber wir haben ein kleines neues Feature eingebaut. Das Ganze ist noch ziemlich experimentell, aber man kann Google Translate auch direkt nutzen, um den jeweiligen Kursinhalt und auch die Sprache zu übersetzen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel Deutsch auswähle, kann ich mir die Inhalte nun auch in meiner Sprache darstellen und anzeigen lassen. Mit Layerscript haben wir versucht, ein erweitertes Markdown-Format zu implementieren, mit dem jeder Online-Kurse erstellen, teilen, anpassen, übersetzen oder korrigieren kann, ohne Webentwickler sein zu müssen. Wir glauben, dass ein sprachbasierter Ansatz anstelle eines werkzeugzentrierten Ansatzes mehr Flexibilität, Freiheit der Kreativität und Nachhaltigkeit bietet. Aus diesem Grund haben wir versucht, eine vereinfachte Syntax zu entwickeln, die den statischen Markdown mit Quiz, Animationen, gesprochenem Text, automatisierter Visualisierung von ASCII-Kunst und vielem mehr erweitert. Alles wurde um Markdown herum gewebt, so dass der Inhalt weiterhin mit jedem Editor oder Markdown-Interpreter gelesen und interpretiert werden kann. Es gibt einige Probleme, die wir derzeit bei der Schaffung von Open Education Resources oder sehen. Eine davon ist die Isolation. Die Menschen, die Inhalte erstellen möchten, sind selten über die angewandten Technologien verbunden, sondern durch Plattformen, Ottering-Tools und verwendete Kerntechnologien, Programmiersprachen, getrennt. Darüber hinaus ist es nicht möglich, einfach eine Bildungswebsite, ein Bildungsprojekt zu greifen und deren Inhalt für ein anderes Publikum anzupassen. Darüber hinaus scheint es für Menschen ohne technischen Hintergrund nahezu unmöglich zu sein, einfach einen kleinen Kurs einzurichten. Daher blieben Sie bei Word, PowerPoint und PDF, da Sie eine einfache Fortsetzung der statischen Formate bieten, die vor dem Computerzeitalter verwendet wurden. Wenn ich Inhalte für den Computer veröffentlichen möchte, möchte ich, dass mein Publikum eintaucht, experimentiert, simuliert mit den Inhalten spielt. Aber nicht nur lesen. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der jeder kostenlos den gleichen Zugang zu hochwertigen Bildungsinhalten hat. Stellen Sie sich vor, Alle Arten von Schulbüchern, technischer oder wissenschaftlicher Literatur, könnten zu offenen Projekten und interaktiver werden, wenn Lehrer und Schüler zusammenarbeiten. Alles, was benötigt wird, ist ein einfacher Texteditor und ein Webbrowser. Wie bereits erwähnt, ist alles, was Sie für die Arbeit mit Lehrerskript benötigen, ein Texteditor. Es kann jedoch nützlich sein, eines der folgenden Tools anzuwenden. Zumindest wenden wir sie an, um das Ergebnis einer Änderung innerhalb des Kursdokuments sofort zu sehen. Sie werden sehen, dass sich die Entwicklung von Online-Kursen beschleunigen wird, insbesondere wenn keine komplexen Punkt- und Klicksequenzen gespeichert werden müssen. Derzeit sind zwei Plugins für den Atomeditor verfügbar, die die Entwicklung von Online-Kursen mit Lehrerskript vereinfachen und vereinfachen sollen. Wenn Sie an einen anderen Editor gewöhnt sind, können Sie einen Lehrerskript-Entwicklungs-Server auch lokal starten. Es funktioniert wie das Plugin für Atom und aktualisiert Ihren Kurs in Ihrem Browser bei jedem. Speichern Dies kann jedoch auch zur Überwachung mehrerer Projekte verwendet werden. Sie können es auch zu Testzwecken verwenden, als würden Sie Ihre Projekte bereitstellen. Wenn Sie es vorziehen, mit Ihren Autoren gleichzeitig zu arbeiten, sollten Sie Kudimia ausprobieren. Es ist eine Abteilung des kollaborativen Editors Kudimit Hedgehog. Aber anstelle einer Markdown-Vorschau haben Sie eine Lehrerskript-Vorschau und können Ihre Kurse sofort veröffentlichen. Der einfachste Weg, ein Lehrerskript in eine andere Website oder ein Learning-Management-System, LMS, wie Moodle, Ilias oder Opals importieren, ist der Import einer externen Website oder, wenn möglich, über eine iFrame. Es kann jedoch Fälle geben, in denen Sie den Fortschritt im LMS speichern möchten. Wir haben daher einen experimentellen Exporter entwickelt, mit dem Sie Ihr gesamtes Projekt als SCORM-kompatible SIP-Datei bündeln können, die in die gängigsten LMS importiert werden kann. Andere Formate als SCORM können ebenfalls hinzugefügt werden. Schreiben Sie uns einfach ein E-Mail oder erstellen Sie ein Problem, wenn Sie ein anderes benötigen. Wenn Sie auf Ihrer persönlichen Website oder in Ihrem Blog auf Ihre eigenen Kurse oder auf ausländische Kurse verweisen möchten, können Sie unsere Vorschau-Webkomponente verwenden. Dadurch werden Vorschau-Karten erstellt, die kleinseitig aktualisiert werden, sodass nicht alle Informationen manuell aktualisiert werden müssen, wenn sich der Kurs ändert. Fügen Sie einfach das hinzu. Skript Tag wie im Code-Snippet dargestellt und über das Tag mit Ihren Kursen verknüpft. Review-Lia LIA-Skript wurde ursprünglich zur Unterstützung von Programmierkursen für eingebettete Systeme entwickelt. Sie können ein Beispiel für die vorherige Installation des LIA-Pfernlabors sehen. Jetzt ist es umgekehrt. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Entwicklung der Mark-Absprache. Aber Teile der alten Systeme können weiterhin verwendet werden. Vor allem, wenn Sie programmieren in Java, C, C++, C-Rate, Mono, Go und Python unterrichten möchten. Der Code-Hanner ist ein Open-Source-Projekt, das das Remote-Kompilieren und Ausführen von Code ermöglicht. Wir wenden es an, um prozedurale und objektorientierte Programmierung zu lehren. Sie können entweder Ihren eigenen Server hosten oder unsere kostenlose Hero-Co-App verwenden. Inzwischen sollten Sie eine grundlegende Vorstellung davon haben, was Sie mit LIA-Skript tun können. Aber wahrscheinlich nicht, wie Sie Ihre Kurse veröffentlichen können. Der beste Weg ist GitHub zu verwenden. Auf diese Weise gehen keine früheren Versionen Ihres Kurses verloren und Sie geben anderen. Sie können Sie sogar einladen, die Möglichkeit zu Ihrem Projekt beizutragen. Kein weiteres Hosting erforderlich. Kein weiterer Kompilierungsschritt. Der Java-Skript-Interpreter von LIA-Skript erledigt alles andere direkt im Browser auf der Klein-Seite. Wie Sie dem Beispiel entnehmen können, können Sie auch auf eine bestimmte Folie verweisen. Sie müssen nur ein Hinzufügen. Raute mit der Nummer der Folie oder Sie können auch den Namen der jeweiligen Folie hinzufügen. Auf die gleiche Weise können Sie auch auf Kurse verweisen, die Sie in Ihre Dropbox und Cloud Nextcloud eingefügt haben. Oder wenn Sie Zugriff auf einen altmodischen Webspace haben, können Sie dort auch alle Ihre Dateien speichern. Sie müssen sie nur öffentlich zugänglich machen und auf das oder mit anderen Worten auf das Textdokument verweisen. Alle anderen Quellen werden relativ zu dieser URL geladen. Wir haben jedoch keine Ahnung, wer LIA-Skript anderswo verwendet. Daher ist es möglicherweise schwierig, einige Ressourcen online zu finden. Von Zeit zu Zeit übersetzen wir offene Bücher in LIA-Skript und machen sie interaktiver. Sie können einige unserer Experimente unter der folgenden URL sehen und sie als Inspirationsquelle verwenden. Wenn Sie Kotraner ausprobiert haben, haben Sie wahrscheinlich bemerkt, dass Sie Funktionen aus verschiedenen Kursen einfach mithilfe des Schlüsselworts wiederverwenden. Können Import Innerhalb der Hauptdefinition Ihres LIA-Skript-Dokuments Eine solche Funktionalität wird mithilfe von Makros definiert. Wir werden am Ende dieses Dokuments näher auf diese Funktion eingehen. Wenn Sie jedoch interessiert sind, können Sie einige unserer Vorlagen einsehen. Die selbsterklärende Kurse zum Einbetten und Verwenden der implementierten Makros enthalten. So weit, so gut für den ersten Teil. Also man hat gemerkt, dass das Ganze noch ab und zu ein wenig hölzern klang. Das heißt, die Übersetzung nicht ganz so perfekt ist, aber immerhin ist es ein erster Weg oder ein einfacher Weg, um Kurse, Online-Kurse, auch interaktiv, anderen in verschiedensten Sprachen zugänglich zu machen. Bis dahin.